und ein herzliches willkommen hier zu einem kleinen größeren neuen projekt und zwar ist das hier die ablöse für ttt staffel 1 und zwar beginnen wir hier jetzt minecraft resident rice ja ne stachel 1 momentan in kleiner runde der michael ist da da ist der eddie und und da ist der gute hindi grad noch in neos account was ich aber auch mal erinnern wird hinzu wird gleich hoffentlich noch der axel kommen der ja in der ttt folge 100 da war musst du belegen und wir spielen auch noch mit einigen anderen leuten wir haben uns einiges tolles ausgedacht ich würde mal fast sagen da ja ja genau was ich noch was ich für euch noch habe ist hier moment ach du hast schon ein ich habe für dich und das ist das einzige womit wir starten mit dem antique atlas die standarddinger die du dann sonst haben wir ja nichts anderes außer die bücher genau von den mods spiel mit einem riesigen mod package ja in welche richtung wollen wir denn ich würde mir das haus an oder sind übrigens momentan noch auf peaceful gestellt weil resident rice ist nicht so freundlich dass wir jetzt einfach in ruhe in durch die wüste laufen können die piste drauf geschissen ich möchte das auf die sie haben ja dann stelle die sie ein aber ja wir wollen jetzt nicht von denen wir gucken uns das raus erstmal an grimoires drei vier jahren komplett weg das ist ein dorf alter leckt das bei euch auch so ja wir laden aber auch gerade zum ersten mal die chance also das spiel leckt nicht bei mir sondern ihr ja wir rubberbanden richtig krabberbanden muss schon sagen das sieht schon echt schick aus so ein rüstung schmied hallo hallo der redet komisch okay ganz viele leere tun okay ich nehm alles mit nein du zerdascht jetzt hier nicht die welt aber die millionen sind wichtig ja das kann man machen aber nicht die gebäude die finde ich kann sie hinsetzen ich hatte nicht vor die gesamten gebäude jetzt abzubauen du ich bin bei dir nicht sicher obwohl die lampe ist meins du machst rechtsklick drauf ja du ich ähm wie nehm ich alles kann ich irgendwie nen stack komplett außer truhe nehmen ja shift hast du ach danke ja liebe leute ich bin im übrigen sehr schlecht was minecraft angeht bei dir sitzt du nicht komisch sehr schön ich bin auch würzig oh die fackeln sehen ja cool aus ja aber ich muss sagen swags ist schon ein echt schickes texture pack das sieht niemand pscht warte also genau was ist das wir sind jetzt noch ähm ungefähr wird die gruppe die gruppe wird ungefähr elf bis zwölf leute umfassen und noch laufen wir in einem großen team umher weil wir uns jetzt erstmal ein was hast du gefunden ey 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 war eine crafting table wo ist hier einer weil wir uns erstmal einen guten live point aussuchen ich hab das ist oberhammer ich hab schon genügend weizen für uns mitgenommen ja ich hab Kartoffeln ich hab Kartoffeln für uns für unterwegs oh das ist cool Kartoffeln alles alles was zum essen wenn ihr Bücherregale seht baut die bitte ab wir brauchen die nein die lassen wir stehen ok Eddie du hast nichts gesehen ok wir sind keine das baue ich für uns ab das baue ich für uns ab wir waren nie Bücherregale also aber betten baue ich für uns ab ich hab den Eisenspitzacker gleich gefunden nice ich hab Kartoffeln für uns schon mal oh ich mein die Kisten können wir ruhig ausleeren ja ja die können wir ausleeren also liebe Leute braucht jemand äh noch äh ich hab noch einmal Stiefel und einmal Hose ich hab Hose ne einmal Stiefel hab ich über Lederjacke und einmal Stiefel ich hab nämlich ich hab nämlich jetzt ein Schwert und einen Bogen Bögen hab ich vier Stück die kann ich äh verteilen ich hab Essen das hab ich auch ich habe rote Beetefitzen und Karottenfitzen so möchte möchte noch jemand einen Bogen haben äh nö danke ja gerne ich komm sofort ich überlege gerade eher wie ich in das Ding hier einbreche ich hab fünf Eisenhaken nice gut okay ich hab keine Ahnung wie das die Menschen machen ganz schön komische Geräusche ja Houdini hallo Eddie am besten will ich dir die Items droppen wenn du den schmeißt du hast ne Witze auf ja ich hab ne Metall sieht das kacke aus ja aber es hilft ach du scheiße Eddie ich hab hier was was du komplett weglooten willst oh was ja wir haben so ne Farm von allem möglichen Scheiß haua ja weg ich nehm mal alles mit was ich mitnehmen kann ja mit Shift äh rechtsklick kannst du nur die Pflanze abbauen ja kannst du auch ohne Shift ja aber dann kriegst du dann erntest du die ja du erntest die und ach du nimmst dann gleich die ganze Pflanze mit ah oh hoppla mich kaputt machen Shift rätselig aus Versehen tu ich mit Faden hingelegt oah ich hab da einen Mann ich komm noch nicht ich komm noch nicht du olle Luther King hehehehe Luther King ah Luther King das müssen wir auch mal spielen wir müssen im Übrigen relativ schnell gucken dass wir Rucksäcke kriegen oh ja ok der ist noch du wolltest nen Bogen haben ne ja ja wer ist noch dafür dass wir in diesem Temple Raiden der hier vorne steht Hini auch nen Bogen ich brauch keinen Bogen natürlich ja Temple Raiden so wie kommen wir da jetzt rein au uuh hier ist ein kack Aua ich werd angegriffen ach Bien ja renn da nicht rein oh kurz mein Zimmer abdunkeln ich hasse rote Beete so wer knallt das Ding auf oder wir nehmen den anderen Tempel der links von uns ist und irgendwas schießt ja ich hab auch noch gar nicht den den Dings gemacht ne warte mal und wenn wir den Tempel looten das ist ja das ist egal ob wie viele Leute das schafft man sogar alleine Difficulty was war das eh ne wo hm was Inventory eh ja da hinten ist noch ein anderer Tempel ähm jetzt ja jetzt wirds witzig wir haben auch Nacht ähm warte warte geh mal weg geh mal weg geh mal weg oh mein Gott wir kommen direkt wir kommen Mumien auf uns zu Mumien kommen auf uns zu oh weiß grad jemand wie man einstellt dass man äh äh sieht aus welchem Ding ähm oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich will nicht sterben ich will auch nicht sterben äh he he lauf Hini lauf oh mein Gott ich bin unbewaffnet ähm ich glaub ich ne die Hake damit könnte ich immer noch eine verpassen also ich Spirit oh Gott wie viele Mumien kommen denn hier also die erste Mumie hab ich schon gekillt ich hab gar nichts Alter da ist auch ein Anubis bei ich weiß nicht wo euer Problem ist ich bin jetzt im Dorf oh oh mich greift ein Anubis an ich geh auch ins Dorf oh mein Gott wie war's doch mal Tür zu leckt mir doch die Füße ich bin safe oh da ist auch ne Mumie die erwisch ich nein 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 Peyu santnellist Ich sterbe ich nicht oh scheiße ich komm hier nich runter ich bin auch ein wenig eingesperrt weizen das Dorf wird hier angezeigt das ist cool brauchst du nicht mal einspeichern das wird direkt angezeigt sehr cool Ich hab Weizen auf'n Balkon gefunden ich hab auch viel Weizen geht das hier noch höher oh das geht hier noch höher Nicht, dass wir... Wie war das? Das war mein Spa-Point jetzt hier. Ach so. Oh oh. Ja, hier, warte. Alter! Holy shit! Da. Soll. Jetzt müssen wir die erste Nacht vermutlich abwarten. Ähm. Reicht kann... Das ist mein Cindy. Ja, es reicht aber, wenn man einmal Rechtsklick drauf gemacht hat, dann überleben wir zumindest hier. Aber es müssen alle schlafen damit, damit es wieder Tag werden kann, ne? Ja. Schade. Nicht alle. Die Mehrheit muss schlafen. Wir haben den Macht drauf. Okay. Ach so, dann geh mal schlafen, Cindy. Kommt ihr... Seid ihr in der Nähe? Hat einer von euch ein Bett und kann sich in den Pen legen. Ich hab noch ein Bett. Die müssen halt nur hierher kommen. Und ich. Wurde... Death Note wurde erschlagen. Ja. Oh oh. Oh, sehr schön. Scheiße. Eddie, wir können wieder raus. Ich geb dir auch gleich ein Bett. Ähm. Würdet ihr mir eben helfen? Ja, wo bist du denn? Ich bin auch noch in... Oh Gott! ...in dem Dorf. Meinst du da, wo der Anubis direkt vor der Tür steht? Alter. Nein, ich bin da... Nee, wir haben einen Anubis direkt vor der Tür. Ich bin... Ich bin hier hinten bei dem Haus. Auf der anderen Seite. Ich hab gedacht, die verschwinden tagsüber. Ja, die Grimmo-Mars-Dinger... Geh wieder rein, geh wieder rein, geh wieder rein, Maka! Oh mein Gott, was ist das? Das sind zwei Anubis hinter dir her. Das ist Ende Augen. Drei, vier! Das sind vier! Das haben wir uns ja eigentlich bald gedacht. Okay, ich mach das dann nochmal in. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, was? Siehst du, deswegen... Oh, nein, nein. Easy, easy, mach die nicht weg. Ich weiß. Peaceful, mach die weg. So. Okay, liebe Leute. Seid uns die böse Juristen, sonst erstmal aus. Ja, deswegen hab ich gesagt, der Grimmo-Mars-Mod sorgt dafür, dass diese Viecher überall sparen. Und zwar in so einer Menge, dass es eigentlich ohne Peaceful nicht so ganz gut geht. Ich merk das schon. Ein Imker. Ich muss meine Sachen mal eben holen. Warum schreit der mich so an? Ich red mal hier hinten beim Wasser, also vom Dorf aus, vom anderen Tempel aus. Hini, weißt du jetzt gerade, wie man... Du hast ja oben links eigentlich eingeblendet, welche... Wie die Pflanze heißt und aus welcher Mod und so. Ja. Weißt du, mit welchem Knopfdruck? Ich hab das nicht. Keine Ahnung. Das dürfte Whaler sein, das kannst du in den Optionen einstellen. Boah, kannst du mal im Nachgucken? Kommt in der Aufnahme ein bisschen blöd. Ja, ich guck mal. Oh Gott. Ich hab ein bisschen gehandelt, ne? Ja. Ich hab ein bisschen Weizen gegen Honigwaben getauscht. Daraus kann man, soweit ich weiß, Rucksäcke bauen. Aus Honig? War das nicht Leather? Aus Waben. Die brauchst du, glaub ich, irgendwie auch dafür. Guck doch nach. Kannst du dir die Rezepte anzeigen lassen. Mache ich ja gerade. Rucksack. Ach, Imkerrucksack wäre das dann wahrscheinlich. Ja, da brauchst du Fäden brauchen wir, Wolle und ne Bienentruhe. Oder Truhe des Leo. Gibt's hier nicht ne ganz einfachen Backpack? Truhe. Normale Truhe, Wolle, Holz und Fäden brauchen wir. So, Winnie, hast du schon was gefunden? Ach, wie einfach ist das denn? Ach so. Ja, ich such's gerade. Das ist von Just Enough Items. Spoiler ist ja von der Erweiterung. Und ich glaube, das müsste dann dementsprechend da mit runter sein. Ich hab meine Sachen eben geholt. Ja. Ich durchforste noch so ein bisschen hier. Der Fleischer macht ja aus Leder, Lederhosen. Hm. Ach, hier ist ein Gerber. Wir brauchen vor allen Dingen Bäume demnächst für Holz. Ach, da hinten haben wir welche. Savanne. Okay, ich geh mir eigentlich immer so an. Ich hab's bis jetzt eindeutig noch nicht gefunden. Ja, und zweideutig? Das wird so schlucken. Und wir brauchen ganz schnell Rucksäcke. Mein Inventory ist fast voll. Du bist zum Schmied. Ich will Kohle haben. Und für 18 Maragte gibt's dir eine Eisenachst. Hm. Ich brauchst du schreiben. Bei die Öl-Schnödel-Welt. Mal sehen, was bist du, wenn ich das runterkomme. Ha, 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 ha. Du bist abgelöst. Nein, ich hab grad mega geile Musik. Ähm. Oh, jetzt wird's ein bisschen düster. Ja, Henni? Bist du schon weitergekommen? Ich bin, nein, aber ich bin jetzt grad hier. Also, ich find das einfach nicht schnell. Ähm. Ich bin jetzt grade hier in dem kleinen Tempel neben dem Dorf. Und da unten sind Kisten. Das interessiert mich nicht, wie du Tempel. Ich will den Knopf wissen. Dann muss man ja mal eben kurz einer herkommen und das den Graben. Und ich guck mal, wo ich das einstelle. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Moin. Hello, Malle. Ich geh da hinten hin. Loot für die Welt. Ja, genau. Oder Loot für den Korax. Ach, da bist du. Dann hast du das gleiche gesehen wie ich. Ja, ich hab auch schon das Ding aufgeknackt, dass man unten reingehen kann. Ich guck mal, wo. Da springe ich sicherlich nicht runter. Bin noch nicht bekloppt. Da, 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 da. Weißt du, wie tief das ist, Henni? Das ist ganz schön tief. Weg damit. Was hab ich denn jetzt aufgenommen? Ich hab Fafzitz-Marmelade. Okay. Oh, ich hab ne Axt. Es gab da einen, der wollte nur Marmelade haben. Ich hab ne Axt. Und, ne, Pfeile. Ich mein schon viel Bullshit. Kaffeebohnen hab ich. Kartöffeln. Weizenkörne. Karotte. Körne. Der war Epi. Körne. Nee, ich geh Tintenfische jagen. Ach. Körne. Körne. Seid ihr denn jetzt? Platte macht. Ich hab mir Holz geholt. Ich möchte immer noch den Knopf wissen. Hallo. Hallo. Wie seid ihr? Ich bin grad dabei, alle möglichen Knöpfe zu drücken, um festzustellen, wie das ist. Oh, eine Pyramide. Oh. Au. Ich hab keine Ahnung, was der F11 gemacht hat. F11 ist für Vollbit. Okay, keine Ahnung, wer ich dafür drücken muss. Auf jeden Fall nicht die, die Eddie gerade gedrückt hat, weil er hat sich stumm geschaltet. Oh, fuck. Was? Hini? Hier war eine Sprengfalle. Dafür kann ich nichts. Ich hab Zuckerrohr gefunden. Unten in der Pyramide, in der Mitte, oder wie? Oha. Äh, unten in dem... Und hier ist Eisenerz, falls jemand braucht. Oh, ich hab ne Eisenspitzsacke. Ich hab ganz viel Holz. Ich hab mein Holz. Holzi, holzi, holzi. Oh, hier ist ein Bett. Wenn du jetzt das Bett abbaust, was mein Spawnpoint ist, ne? Weil ich das gesetzt hab, weil ich wusste, dass hier irgendwo ne Falle ist. Ey, ey! Würdest du mich verarschen? Ich komm hier nicht raus, sonst. Entschuldigung. Jetzt spring hier runter, grab dich und hol das Eisen wenigstens. Assi. Ja, ich komm runter. Ich wollte dich nur ein bisschen ärgern, Hini. Kann das mal jemand googeln? Oder so? Was denn? Ich bin da draußen. Ähm. Ja, du kannst dir ja anzeigen, wie der Block heißt und aus welcher Mod der kommt und Co. Ja. Hab ich irgendwie ausgestellt. Ich möchte gerne einen Knopf wissen, um das wieder anzustellen. Links neben dir. Aber ist das nicht auch ne Mod? Ja, die war mir ja schon angezeigt. Es gibt irgendeinen Knopf, wo man das damit ausblenden kann. Ich weiß auch nicht, welchen Key das macht. Ich hab grad eben alles auf meiner Tastatur gedrückt und nicht hinbekommen. Hast du in den Einstellungen aus Versehen irgendwas erklärt? Nein, 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 nein. So, Mittels, können wir uns jetzt mal sammeln und weiterlaufen? Ja, sobald Eddie aus seinem Loch da raus ist. Toll, ich kann jetzt nichts mehr sehen. Das ist mir egal. Ich hab 264 Sticks Holz. Ich guck mal eben schnell in den Optionen. Das geht mir grad auf den Sack. Warum wird das nicht ange... Ach, Mann, no. Das ärgert mich grad richtig. Los! Ja, gut, aber was soll man da eingeben? Amene sieht ja jetzt gar nichts mehr und hat einfach nur nicht festgestellt, dass er F1 gedrückt hat und deswegen nicht mal unten mehr. Nein, 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 nein. F1 war das nicht. Was ist so grad, das arme Häschen da zu töten? Ja. Ach, der Hasen. Es hat sich selbst umgebracht. Hini, geh einfach Blumen jagen, okay? Schlag einfach jede Blume... Ja. So, da ist ein Michael, da ist ein Hini. Wo ist jetzt Eddie? Äh, in dem Loch. Ach, der F1 würde es dir gerne wünschen, dass ich in deinem Loch... Nein. Nein. Eddie, die Sprüche sind auch echt schlecht. Vor allem für Minecraft. Und weibere Windows 5. Das ob es ja auch erst mal wieder funktioniert. Ich bin jetzt jahrelisch. Vielen Dank. ap One. Ich war tatsächlich für das Bedroh Somewhere?